Spirz im Berner Oberland, ein Touristenmagnet. Zudem ein Ort, wo sich betagte Menschen gern zur Ruhe setzen. Über der malerischen Bucht mit Aussicht auf Schloss und Rebberg liegt das Alters- und Pflegeheim Wendelsee. Beliebt ist das Chalet Wendelsee nicht alleine wegen seiner Lage. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses würdigen immer wieder die familiäre Ambiance, aber auch die Zimmer, die man mit eigenen Möbeln ausstatten kann, die herzhafte, ausgewogene Küche und das gute Gefühl, nicht nur umsorgt, sondern auch respektiert zu sein. Rege nutzen die Bewohner die Möglichkeit, ihre Angehörigen im Wendelsee zum Essen einzuladen oder im benachbarten Vier-Sterne-Hotelrestaurant Belvedere einen Kaffee zu trinken. Das Chalet Wendelsee bietet Langzeitpflege für Menschen, die leicht, mittel- oder schwer pflegebedürftig sind. Um eine gute Pflegequalität zu gewährleisten, berücksichtigt das Fachpersonal die neuesten Erkenntnisse der Altersmedizin. Pflege und Heimleitung arbeiten eng zusammen. Das sorgt für eine 24-Stunden-Betreuung auf konstant hohem Niveau. Und es kommt den Lernenden zugute, denn das Haus Wendelsee ist ebenfalls ein Ausbildungsbetrieb für Pflegeberufe. Betagte Menschen wollen aktiv bleiben. Ein buntes Animationsprogramm bringt Farbe in den Wochenrhythmus. Sie möchten mehr wissen? Das Wendelsee-Team informiert Sie gerne an Ort und Stelle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das terrorists, die sich z'nya плох einmal aufblauert Amenals würde. Un besuch benötig sind das was für den Janus-Betreuung. Untertitelung am manten farmer markete angeht. Das hier P booty ist offenig. Hosentag.